Bundesliga-Finale, jetzt geht's los. Wir sind unterwegs beim ersten Halbfinale, wo die Boys und Götz sind 7 und 8 Jahre alt sind mit Lewin Schulz. Louis Beckert, Toni Baumgartner, Hannes Welchle, Phil-Marco Ledusik, Leon Walter, Pitsch Schneefugt und Kilian Karchi mit am Start. Wir sind hier wie gesagt im Halbfinale unterwegs und ganz klar vorne, Lewin Schulz. Lewin Schulz ist vorne, dahinter die Stadtnummer 1000. 498, Kilian Karchi, der ist an zweiter Stelle und dann dahinter die Stadtnummer 7, Louis Beckert, gefolgt von der Stadtnummer 5, Toni Baumgartner, der als Viertes noch dabei ist. Vorne unverändert die 1, Lewin Schulz hat riesen Abstand, dahinter jetzt die Stadtnummer 7, Louis Beckert und dann eben Kilian Karchi hier als Drittes mit dabei. Bis zum nächsten Mal.